Schön, dass du herkunden hast. Ich möchte dich gerade mal ganz kurz auf eine kleine Reise mitnehmen in deine Vergangenheit beziehungsweise mal erzählen, wie es bei mir damals war. Es ist schon einige Tage her, aber ich weiß noch genau, als ich auf eine pflanzliche Ernährung damals umgestellt hatte, damals zuerst nur aus ethischen Gründen, dann habe ich aber plötzlich gemerkt, hey, was da auch beim Sport mehr ging. Ich mich besser gefühlt habe, fitter war. Als ich dann aber doch auf der Uhr irgendwie gemerkt habe, hey, ich habe manchmal so Phasen, wo ich vom Energielevel her unten bin, einfach keine Kraft mehr habe, der Alltag, alles ist anstrengend und alles ist schwer und es ist so schleppend und es ist so träge, immer wieder irgendwelche Ängste gehabt. Ich war einfach eingeschüchtert und hatte nicht so ein erfülltes Leben, was ich sonst kannte eigentlich. Aber dann habe ich geschaut, hey, was gibt es? Was kann man mit der Ernährung vielleicht noch mehr machen? Vorher hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, was damit alles machbar ist, was das für einen Einfluss auf meinen Körper hatte. Ich hatte einfach keine Ahnung. Da habe ich es aber das erste Mal gemerkt. Ich habe da mit den verschiedensten Ernährungsrichtungen angefangen. Dann gibt es aber Paleo, dann sagt der andere wieder Low Carb und der nächste kommt mit was ganz anderes. Und ich war einfach nur verwirrt am Ende des Tages und hatte überhaupt keine Klarheit. Und dann bin ich aber auf den Schlüssel gekommen, Schritt für Schritt. Ich habe die richtigen Infos, Gott sei Dank, aus angewendet. Die möchte ich dir jetzt auch weitergeben. Dann habe ich schrittweise den Körper gereinigt und habe gemerkt, hey, ich habe ihn entgiftet, habe gemerkt, wie dieser Prozess abläuft. Ich habe gemerkt, mit was für den Gefühlen du wieder reinkommen kannst. Du kannst wieder das Leben spüren. Und du kannst wieder mit einem Lächeln auf dem Gesicht durchs Leben gehen. Du gehst deinen Alltag mit Power, Energie an. Du hast wieder diese Vitalität, dieses Spaß, diese Freude wieder am Leben ist wieder da. Ohne irgendwas, egal was du machst. Es ist wieder diese Klarheit, diese Freude da. Diese Lebenslust, diese Entdeckungslust. Trinkt jetzt eigentlich Ernährung, klingt so simpel und banal. Am Ende ist es nur Mittel zum Zweck. Aber es ist eben ein wichtiger Schlüssel. Hier in dem Kurs möchte ich dir wirklich eine Klarheit mitgeben. Ich begleite dich da wirklich zehn Wochen, zweieinhalb Monate lang. Wenn ich für dich da, gebe dir jede Woche fast tägliche Videolektionen und kläre dich da Schritt für Schritt auf, was es mit diesem ganzen Ernährungswirrwarr auf sich hat. Und diesen ganzen Theorien. Weil am Ende sind es immer nur Theorien. Ich möchte dir zeigen, wie es in der Praxis geht. Und der Punkt ist, du kannst es mit dem Kurs selber am eigenen Körper nachvollziehen. Am Ende brauche ich dir nichts mehr sagen. Ich sage dir nur, wie du selber spüren kannst. Du merkst dann wieder diese Lebensfreude, diese Lust und kannst selber wieder merken, wie es funktioniert. Das ist der Schlüssel, den ich dir wirklich in dem Kurs hier mitgeben möchte. Dass du deine Klarheit hast. Dass da keine Unsicherheit mehr da ist. Dass du weißt, wie es funktioniert, weil du es klar sehen kannst. Und vor allem, weil du selber erfahren hast in der Praxis. Also, wenn du wieder dieses Lebensgefühl, diese Freude, diese Lust und Entdeckung, Spaß und Freude am Leben spüren möchtest, wieder energiegeladen sein möchtest, deinen Körper wieder spüren möchtest, wieder fit und lebendig sein möchtest, dann ist der Kurs genau das Richtige für dich. Aber gleich mit einer Ausnahme. Der Punkt ist, deine Entscheidungen haben dich dahin gebracht, wo du jetzt warst. Auch wenn das vielleicht unbewusst war. Du wusstest ja gar nicht, was für Auswirkungen, zum Beispiel die Ernährung, dein Umfeld, Sport, Bewegung und sonstige Faktoren hat. Aber der Punkt ist, deine Entscheidungen, seien sie bewusst gewesen oder unbewusst, haben dich dahin gebracht. Und wenn du nicht bereit dazu bist, die zu verändern, dann ist der Kurs definitiv nichts für dich. Muss ich ganz klar sagen, dann bist du ja der falschen Adresse. Aber wenn du die Eigenverantwortung übernehmen möchtest, wirklich was verändern möchtest, dein Leben wirklich nachhaltig transformieren möchtest, dass du dauerhaft dieses Lebensglück immer spüren kannst und dementsprechend wirklich was verändern möchtest, dann ist der Kurs auf jeden Fall richtig für dich. Und dann würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ich dich in den zweieinhalb Monaten, in den zehn Wochen begleiten darf, in dein glückliches, erfülltes und energiegeladenes Leben. Ansonsten, mach's gut und ich freue mich, dich im Kurs wiederzusehen oder wo auch immer. Und dann hoffentlich glücklich und in Freude mit einem Strahlen auf den Lippen. Mach's gut. Ciao.